Die Oma wird nicht geschubst. Der Eberhofer-Podcast vom Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zu Die Oma wird nicht geschubst, unser Eberhofer-Podcast. Und wir sind in Runde 7 und damit angekommen beim Kaiserschmarrn-Drama. Ich bin Nesto und wie immer an meiner Seite die Katharina und die Theresia. Hallo ihr zwei. Ah, liado. Hallo ist du. Und Kathi. Es ist etwas Besonderes passiert. Wir haben ja vor ein paar Ausgaben gesagt, dass früher mal alle Eberhofer-Filme auf Netflix zu finden waren, dann nicht mehr. Und jetzt, oh Wunder, oh Wunder, ein Großteil haben sich wieder eingefunden beim Streaming-Dienst. Vielen Dank. Ja, jetzt wo wir fast am Ende sind von unserer Podcast-Reihe, gibt es das wieder. Wieder mal was wir für die Reichweite haben, dass sogar Netflix jetzt wieder uns die Filme wieder ins Programm genommen hat. Ja, echt. Die haben wahrscheinlich unseren Podcast gehört und waren so, oh, wir haben die unabsichtlich runtergenommen, jetzt ist es wieder da. Liebe Netflix-True, das finden wir wirklich total nett. Wir fänden es aber auch ganz cool, wenn ihr den Google-Up-Geschweiler noch mit draufnehmen würdet. Ja, aber das würde ich besprechen. Weil den besprechen wir als nächstes dann. Und der fehlt noch. Aber es ist auch der Neueste, also der Zweitneueste. Also der Rera-Grunde, jetzt wo wir es aufnehmen, läuft ja noch in den Kinos. Deswegen, klar, den werden wir auch in dieser Reihe nicht besprechen. Das sei hier schon mal euch gesagt. Das heißt, nächste Woche wird die letzte Folge sein. Wir werden vielleicht noch ein Special zusammenzimmern, aber da werden wir mal gucken. Aber was mache ich dann jeden Sonntag ohne euch zwei? Ja, schlimm. Es genießt. Ja, wahrscheinlich. Wurde uns wieder eine Frage zugeteilt, die ich ganz interessant finde, weil wir haben ja schon heraushören lassen in den letzten Folgen, dass wir diese Eberhofer-Filme nicht immer, also nicht zum ersten Mal gucken, sondern teilweise zum dritten, vierten oder vielleicht sogar fünften Mal schauen. Und so alt sind es die Filme ja gar nicht. Und die Frage ist relativ simpel, nämlich warum, glauben wir, können wir anscheinend immer wieder Eberhofer sehen? Weil wir ein Goldfisch haben und eh vergessen, was passiert. Theresia, bitte. Weil sie halt eben verdammt kurzweilig sind und sie sind unterhaltsam und ich lasse die halt manchmal auch dann so nebenbei laufen, wenn ich halt einfach auch so irgendwie beschäftigt bin oder ich eh so kurz am Ebennicken bin. Und dann denke ich mir, ach, schmeiß doch mal einen Eberhofer an und wenn du dann einpennst, ist es egal, weil du hast ihn schon zigmal gesehen. Es sind nicht nur kurzweilig, sondern sie sind auch kurz da, nur eineinhalb Stunden meistens. Und das Gleiche ist, was ich so wohlfühle. Weil, okay, du drehst es auf, du musst nicht mitdenken, wenn es mal kurz umfühlen unter dem Klo ist, ist es auch egal. Ja, wahrscheinlich deswegen. Ja, es hat so was, was Uriges, so was Provinzielles, so schon so was, ist es schon Heimatfilme, würde ich schon ganz klar sagen. Aber sie kokettieren damit auch immer ganz nett. Und ich mag die Figuren halt einfach. Es ist halt immer so ein Stück, das klingt ein bisschen übertrieben, aber wir müssen so ein bisschen nach Hause kommen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das dramaturgisch ausgefeilte Filme sind, aber es sind gut geschriebene und vor allem gut gespielte Komödien. Und wenn du halt die Figuren magst, ist es halt immer wieder nett, dem beizubewohnen, auch wenn du halt weißt, was kommt. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die gucken sich zum 8.000. Mal die gleiche Monk-Folge an oder so. Und ähnlich ist es halt bei mir zumindest auch mit Eberhofer. Und was die beiden Kollegen schon gesagt haben, ist es wirklich so, wenn du halt, oder wenn ich abends irgendwo liege, ja. Irgendwo liege, am Boden, auf der Straße. Und halt irgendwas brauche einfach nur, um runterzukommen und auch weiß halt eben, ich werde vermutlich nach einer halben Stunde eh einpennen, ist Eberhofer ganz gut. Und ich gucke mir lieber einen Eberhofer an, als zum nächsten Mal irgendeine True Crime Sendung. Ja, und es gibt mir so, also ich habe kein deutsches Fernsehen, aber ich glaube, wenn man da so drüber zappt, dass man auf das Hängenblatt denkt, so, oh, jetzt noch mal die letzte halben Stunde Eberhofer, das geht schon nochmal. Und dann bleibt man einfach hängen und dann kommt danach vielleicht der Nächste schon einfach weiter und dann flutscht das so durch. Und was mir eben auch passiert, ich habe sie ja alle gesehen, aber irgendwie so zwischen Winterkartoffelknödel und Kaiserschmarrndrama hat sich so eine Art Klumpen gebildet und ganz viele Sachen verorte ich woanders. Also jetzt bei Kaiserschmarrndrama waren Sachen drin, die habe ich eigentlich ganz woanders verortet und war dann schon überrascht, dass die hier drin vorkommen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber mir fällt es manchmal schwer, die Einzelheiten dieser Filme, den konkreten Titel, meine ich, zuzuordnen. Ja, nein, das kenne ich. Und da schaue man dann für mich so, ah, in dem war das. Ja, im Kontext, wo ich das auch sehe. Da dachte ich, das war in einem anderen Kontext, aber gut, das ist es halt in dem. Ja, das ist leider Gottes bei mir genauso. Das hat aber jetzt nichts mit den, also nicht mit Sachen rum und dem Waffel zu tun, sondern manchmal auch so diese Nebengeschichten, wo du denkst, ach, hier kommt diese Nebengeschichte vor. Ich dachte, die wäre woanders. Ja, genau. Gut, dann würde ich mal sagen, starten wir mal mit Kaiserschmarrndrama und die liebe Anna hat natürlich die Synopsis wie immer für uns eingelesen. Kaiserschmarrndrama. Die Idylle vom niederbayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhofer ist in Gefahr. Das liegt nicht droh, dass das dorfbekannte Webcam-Girl ermordet worden ist. Der Feu geht der Franz eigentlich mit der gewohnten Entspanntheit um. Aber jetzt sitzt sein Co-Ermittler Rudi nach dem Umfeu im Rollstuhl und gibt dem Franz die Schuld dafür. Als der Rudi dann auch nur auf den Hof kommt und eine Rundumbetreuung von Franz erwartet, ziehen erste dunkle Wolken im Paradies auf. Bedroht wird die Ruhe auch nur vor der dauerfreien Susi, die sich plötzlich mit dem Franz seinen Bruder am Leopold verbündet hat, um auf dem Hof ein Doppelfamilienhaus mit Gemeinschaftssahner zu bauen. Das geht an Papa Eberhofer ordentlich gegen den Strich. Und wahrer das Dorflehm mit der rebellischen Motorradgang und den Marihuana-Fleischpflanzern nicht schon bunt genug, muss der Franz auch nur zuschauen, dass sein freien Zimmerl und der Flötzinger Stammkunden beim Mordopfer gewinnt sind. Vielen Dank. Ich glaube, es ist der erste Film der ganzen Reihe, der seinen Titel innerhalb der ersten zwei Minuten offenbart. Das stimmt. Das geht sehr schnell. Wieder ein perfektes Opening. Der Rudi sitzt im Krankenhaus im Rollstuhl, weil es einen Autounfall gab. Der Rudi macht den E-F. Eberhofer dafür verantwortet. Eberhofer ist es deine Schuld, dass ich mir rückblende. Es war schon der Rudi seine Schuld. Das war halt auch so ein geiler Moment, wenn er sagt, wer hat denn das Auto gelegt? Und der E-F. Eberhofer dann so, im entscheidenden Moment, du. Du, ja genau. Und der Rudi macht halt alle in diesem geilen Urhausleben zur Hölle. Und alle wollen auch nur noch, dass er irgendwie entlassen wird. Und dann sitzen sie halt beim Mittagessen und es gibt Kaiserschmarrn. Und der Rudi flucht und schimpft über diesen Kaiserschmarrn. Da sind viel zu viele Rosinen drinnen. Was ich verstehe, Kaiserschmarrn mit Rosinen ist eine Freche. Ja, danke, Kani. Gut, dass du sagst, da sind nicht zu viele Rosinen. Da ist überhaupt eine drin, das ist schon schlimm. Ja, ja, absolut. Also da verstehe ich ihn auch ein bisschen, dass er dann macht. Aber er bezeichnet das Ganze dann halt, also nicht nur das Essen, aber seine ganze Situation halt dann als Kaiserschmarrn-Drama. Was ich auch eigentlich einen sehr schönen Ausdruck finde, den ich eigentlich gerne beim Sprachgebrauch übernehmen möchte. Immer wenn man sich passt, sagt er es ein Kaiserschmarrn-Drama. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist in der Romanreihe von Rita Falk der neunte. Und halt eben in der Filmografie der siebte. Die obligatorische Frage an dich, Theresia, hast du das Buch gelesen? Nein, das habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich glaube, weder gelesen, noch das Hörbuch gehört. Oh, das ist ungewohnt. Ja, das tut mir leid. Schwach, schwach, schwach. Schäm dich, wirklich. Hier große Vorträge halten, was in Kaiserschmarrn reinkommt oder nicht, aber dann das Buch nicht kennen. Er hat keine Vorbereitung für diesen Podcast, wirklich. Er ist scheißegal, was sie haben. Das Einzige, was ich noch wort, ist, dass quasi irgendein Buch davor, weil das habe ich definitiv was für ein Buch gehört. Das war dann, glaube ich, Weißwurst-Connection. Da wird am Ende von dem Buch, kriegt man quasi den Unfall mit. Nachdem es den Film nicht gibt, haben sie den Unfall, dass ich Rückminder einbaut. Das macht Sinn. Man muss auch sagen, was ich halt wirklich toll finde, ein Kaiserschmarrn-Drama. Es ist, glaube ich, der Eberhofer-Film, wo mir so ein paar Figuren, wo wirklich mal richtig gezeigt wird, er ist zwar nett, aber er ist auch irgendwie ein Arschloch. Und da gibt es einige. Also ich finde, der Rudi übertreibt hier wirklich. Ja. Aber das macht einem auch Spaß. Aber er ist nicht der Einzige. Also gerade am Ende des Films, da kommen wir dann gleich noch zu, finde ich, dass sich ein paar Figuren bei mir so ein bisschen gewandelt haben. Also es gibt eine Figur, die ich früher immer nicht scheiße fand, aber wo ich immer sagte so, ja gut, auf den könnte ich verzichten, denn der mir am Ende von Kaiserschmarrn-Drama passt schon ein bisschen leid. Wow. Aber wir reden gleich über Leopold. Ja, und ich finde auch, ich finde auch, dass die Beziehung zwischen Susi und Franz eine sehr interessante Wendung auch macht, weil bis jetzt war es immer definitiv so, dass ich auf der Susi-Seite war. Also ja, also er hat einfach beziehungsunfähig oder keine Ahnung, warum sie mit ihm da überhaupt das mitmacht, ist ein Rätsel. Aber in dem Film, würde ich dann manchmal doch schon so, naja, vielleicht übertreibst du da jetzt auf und dass der Rudi jetzt bei euch lebt, war auch irgendwie deine Idee und dafür kann der Franz jetzt nicht so viel. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich muss echt sagen, ich kann sie schon irgendwie verstehen, weil Franz ja schon in den Vorgängerfilmen alles dafür getan hat, dass es so läuft, wie er will. Und sie hat ja auch recht, weil wenn sie sagt, dass er einfach ein halbes Jahr lang einfach sich nichts um nichts gekümmert hat und jetzt plötzlich da steht und beleidigt ist, weil es nicht so läuft, wie er will, dann ist es nicht ihr Problem, es ist seins. Aber wir greifen vorweg, mag ich gerade. Wollen wir mal ein bisschen die Kriminalistik angehen? Sehr gerne. Immer doch. Gut, dann wird es jetzt kriminell. Überraschung, es ist ein Mord passiert. In Niederkaltenkirchen, wer hätte es gedacht? Dabei ist Niederkaltenkirchen doch vermutlich der sicherste Ort in ganz Bayern. Jetzt mal ohne Witz, aber würdet ihr noch in Niederkaltenkirchen wohnen wollen, wenn ihr wisst, dass da gefühlt einmal im Jahr irgendein großer Mord passiert? Ich war ja schon in anderen Städten, in München, die auch Leute besuchen. Und ich glaube nicht, dass es besser ist. Gehen wir mal mit unserer Wahlbeierin. Theresia, wie viele Morde hast du so bei dir in deiner Heimat schon mitbekommen? Boah, in Ingolstadt waren es schon auch ein paar, aber in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, glaube ich, wäre mir kein einziger Mordfall bekannt. Irgendwo, wenn da nur drei Leute wohnen und zwei umgebracht werden, wirst du nur noch tun und leben. Das wäre auch nicht gut. Ah, doch nicht alles. Es wird eine Joggerin umgebracht, die sich als, ja, ich würde sagen, Camgirl verdient hat, also ihr Geldfall als Camgirl verdient hat und halt auch sonstige sexuelle, erotische Bereitschaftsdienste angeboten hat. Und die Untermitredung Simmel war. Genau. Ganz genau. Und somit wird der Simmel Teil dieses Kriminalfalls, denn, das kann man ja auch verraten, er hatte was mit der guten Dame. Aber er ist halt verheiratet. Er ist mit Gisela verheiratet. Ganz ehrlich, ich fand die Szene lustig, aber das war so schon so, das war echt ein ultimativer Dickmove von Eberhofer. Wenn er mit dem Simmel verhört und der Simmel ihn halt anfläht, bitte, 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 sag's nicht meiner Frau. Und Eberhofer so, keine Sorge. Und dann halt Schnitt und du siehst halt nur, wie die Ehefrau Simmels Sachen aus dem Fenster schmeißt. Und der Eberhofer da mit so einem, fast schon garstigen Lächeln daneben steht und sich so ein bisschen freut. Ja, aber ich mein, Fremdgehen ist halt auch nichts, also, ja, aber trotzdem, es ist schon gemein, wenn ich vorher nur sage, ja, bleibt unter uns und das hat jetzt auch nichts damit zu tun. Vor allem war es jetzt auch nicht okay vom Simmel, was er gemacht hat, aber es ist auch nicht okay, dass ich dann hingehe und sage, ja, du, also Gisela, der Mann hat dich da betrogen. Das finde ich jetzt auch nicht nett. Vor allen Dingen unter Freunden. Wenn man das weiß, auch unter Freunden, dann ist das schon, also, ich eigentlich, also, ich finde das nicht, ich finde nicht, dass der Eberhofer in der Situation das Arschloch war. Also, ganz cool finde ich es auch. Die waren alle Arschlöcher, muss man schon sagen. Also, ich finde nicht, dass der das, der in der Situation das Arschloch war, das war doch klar, dass das rauskommt im Zuge dieser Ermittlungen. Also, man muss eins klar sagen, da sind ein paar Sachen drin, die in der, in Anführungszeichen, Realität wirklich nicht okay wären. Ja. Das ist ein davon, das andere ist zum Beispiel einen angeblichen Tatverdächtigen einfach einzusperren und hätte es vergessen. Ein anderer Simmel, der Scheiße baut. Das ist aber noch, das ist aber eine natürlich witzige Szene, wo der Papa ist einmal verhört, wenn er dann auf einmal platzt der Sohn in den Mann rein, weil er irgendwas sagen möchte und der Vater versucht, sich so zu verstecken und schafft es nicht und möchte dann beim, auch fragt er noch, ob er beim Verhören dabei sein darf und beide unisono so, Vater und Eva, Opa. Nein, genau, weil das Sohnssimmer, der soll den Verdächtigen, oder Verdächtigen, nein, der die Leiche gefunden hat und sich dann dauernd blöd aufgefüllt hat und den Nebenhof genervt hat, ein Gewahrsam nehmen, worauf der Max noch antwortet, wir haben keine Gewahrsam, selber soll ich mit dem machen und ich hoffe drauf, ja, sei kreativ und der Typ dann irgendwie eine Woche oder so im Keller vom Rathaus, wo sich schien legendiert. Ja, und es kommt dann nur das bei der, bei der Bürgermeisterin und man sagt, ich höre Stimmen, ich werde wahnsinnig, ich höre Stimmen. Ja, dieser Herr ist, wird gespielt von Franz Buchriesner, der ist wohl in Österreich wohl sehr bekannt, weil der spielte, die ihn eine Rolle in der Kultserie Cotton ermittelt und dieser ganze Film, also Kaiserschmarrn-Drama ist vollgepackt mit Gunstars. Wir haben Willi Astor als Krankenhausarzt, wir haben mal wieder den Matthias Egersdörfer als den Herrn Beischel haben wir wieder dabei, wir haben diesen Formel-1-Kommentator Dorian König als Rettungssanitäter, wir haben Olivia Pascal, die so in den 70er Jahren ein richtiger Superstar in Deutschland war, als Tierärztin, da ist schon wirklich einiges geboten und natürlich auch Christiane Neubauer, die ich tatsächlich erst bei der jetzt Drittsichtung erkannt habe, wenn ich ehrlich bin. Ja, Glückwunsch, ich habe sie beim ersten Mal erkannt. Sorry. Ja, dafür seid ihr zu jung und zu gebildet. Ich habe gezeigt, das ist alles nicht meine Generation. Ja, das stimmt wohl. Kommen wir mal wirklich zum reinen Kriminalfall. Ich finde, dass dieser Kriminalfall das Potenzial gehabt hätte, richtig geil zu sein, denn es gibt ja diesen Kniff und zwar, dass ja zwei Morde übergegangen werden und wir können es ja aufklären, der erste Mord wurde begangen von der Schwägerin des Opfers, weil der Bruder ist irgendwie Pfarrer und klar, wenn deine Tochter, deine Schwester halt nackt im Internet da stolziert, ist das so uncool, womit er aber keine Probleme hat, sondern mehr seine Frau und die bringt sie halt um und der zweite Mord an der Figur von Christiane Neubauer wurde halt begangen von ihrem Filmehemann. Ich fand das eigentlich ganz interessant, ganz fast schon clever, aber es ist halt nicht spannend, weil du weißt halt sofort, wer es war, weil es halt so inszeniert wird, dass jeder weiß, wer es war, außer halt Eberhofer und Birkenberger, die dann aber nochmal so 20 Minuten lang so tun als, oh, wer könnte es sein und ich saß da nur und Leute, ernsthaft, also dann hätte ich das ein bisschen anders inszenieren müssen, weil so wartest du ja quasi nur auf die Pointe, die ist halt ein bisschen wirkungslos, weil du sie halt schon nach 20 Minuten weißt. Ja, da kommt halt doch die Felicity dazwischen und nimmt die Ehehosenbüro und so den Fall im Prinzip weg und dann war das halt drauf, wie sie jetzt drauf kommen, dass wer der Täter oder die Täterin in dem Fall ist. Ja, das ist ja mein Kurs ja echt, weil man sieht es ja wirklich kommen, weil wo sie halt den Ehemann da von der Christiane, ich glaube Anzengruber heißen die, verhören, weil er eben auch Kontakt hatte zu dieser Ermordeten, merkt man halt, dass er quasi unter dem Padoffel von seiner Frau steht und nichts zu sagen hat und der Rudi, so gut wie er heute immer ist in Verhören, glaube ich, hat ihm jedes einzelne Detail gesagt, wie die Leiche gefunden worden ist, wie sie ermordet worden ist, wo das gewesen ist, also der hat ihm quasi alles haarklein erzählt, dann Überraschung ist am nächsten Tag die liebe Frau Anzengruber quasi das nächste Opfer von einem angeblichen Serienkiller, der jetzt in Niederkaltenkirchen umgeht. Was für ein Zufall. Ich hätte es, glaube ich, okay gefunden, wenn sie das relativ schnell und amüsant abgehandelt hätten, aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie wirklich glauben, dass wir als Publikum nicht wissen, was da Phase ist. Irgendwie, weiß ich nicht, das hat mir irgendwie nicht gefallen und schade, weil so an sich der Kriminalfall war okay. Ja, also das war mir was Neues. Ich mache den Kriminalfall auch. Also wie gesagt, wir schauen die Evo, wir schauen die Evo, wenn ich den Kriminalfall, ich fand jetzt, ich fand das nicht so schlimm, glaube ich, wie du. Ich weiß nicht, ob es bei der Erstsichtung war, ob ich da, wie schnell ich da wusste habe, wer es ist, wahrscheinlich auch ziemlich schnell, aber ich fahre dann auch so, ja, ist mir im Prinzip auch egal, weil, ich schaue mal, wie die draufkommen und dann schauen wir, was sonst noch so passiert, was passiert in den Ruhmherum genug, dass man das irgendwie vernachlässigen kann. Glaubt ihr, dass irgendwo auf der Welt jemand sitzt und sagt so, oh Evo war die, ich finde ich ja immer so spannend, die Kriminalfälle, ich rätsel da immer mit. Ja, klar, wo kann ich, ja, vielleicht gibt es die, aber es dürfte eine sehr kleine Anzahl sein. Aber wenn ihr dazugehört, meldet euch beim Telestamtisch, wir möchten euch gerne interviewen. Ja, ansonsten, was ich ganz nett fand, ich hatte komplett vergessen, dass Finn Lizzy, Noah Wallstetten, wieder dabei ist. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe immer, wenn die auftaucht, weil, das ist dann auch so ein Gag, den sie jetzt schon mehr als einmal gebracht haben, was ist trotzdem so toll, wenn vor allem Rudi immer glaubt, dass er ihr überlegen ist und dann kurze Zeit später kommt sie rein und hätte den Fall so oder so auch ohne ihn gelöst. Das finde ich immer herrlich. Auch dieses Mal wieder, dann sind sie gerade dabei, so die Frau vom Fahrer festzunageln und dann stolziert die Finn Lizzy rein und sagt sie, ja, sie sind verhaftet, bla bla bla, der Eberhof und dann sitzen sie da so. Dieses Unterverhaftung. Was ist los? Und sie hat ihre Verhaftung dann? Ja, aber ich finde das Zusammenspiel immer nett, weil ich finde eigentlich, die sind, ich finde die ganz cool, das ist ein ganz guter Gegenpart zu den beiden, aber ich finde einmal ein bisschen, sie spürt das schon sehr gut, dass sie immer auf die beiden so quasi herabblickt und immer so quasi wie die stümperhaft da ermitteln und halt meinen, sie kriegen nichts gebacken, weil sie halt nicht so eine tolle Soko haben wie sie. Man muss ja auch sagen, dass Eberhof und Birkenberger also oft ja auch Glück haben. Also es ist ja meistens immer so, dass der Rudi dann irgendwie über irgendwas stolpert und sagt in einem Satz, ich habe was Neues rausgefunden. Das ist dann das letzte Beweisstück, was das Puzzle dann hat eben komplettiert. Ja, außer der Rudi frisst fünf Stück Fleischlauch mit Haschesträhnen vom Vater Eberhofer und ist halt komplett high und drauf. Ja, das stimmt. Drogen spielen eine gewichtige Rolle in diesem Teil. Der Familienhund Ludwig, der ist ja leider, also er wird uns hier verabschieden. Der Film ist ein Auf und Ab mit der Gefühle. Ich habe damals Tränchen verdrückt im Kino. Okay. Jedenfalls hat Papa Eberhofer Haschflanzerl gemacht, die halt eigentlich für Ludwig sind, der aber halt im Laufe der Handlung stirbt und die findet dann halt eben Birkenberger, der zur Stärkung ein paar davon verdrückt und dann halt eben sich aufmacht, um den, ja, den zweiten Mörder, diesen Typ, der in dieser Modepoutique arbeitet, dingfest zu machen. Und eine Frage, also ich bin jetzt kein Fachmann für Cannabis, aber ich kenne die Wirkung und ich habe auch selbst an mir schon mal gemerkt, aber wie heftig ist das Zeug, was der Eberhofer da hat, weil der Birkenberger wird halt angeschossen, das ist dem scheißegal. Mir wäre es nicht scheißegal, wenn ich angeschossen wäre, selbst wenn ich Haie auf Haschflanzerl wäre. Nein, du willst nicht schlafen. Das sowieso. Ja, das ist eine sehr gute Frage, ich weiß es nicht. Also, ich bin sicher wirklich gar nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Also, es ist mir halt alles egal. Angeschossen ist scheißegal. Auf einmal kann er wieder gehen, komplett egal. Der schmürt sich halt vorne und hinten nicht mehr. Das war wie so ein Zombie, das war schon echt ein bisschen unheimlich, wie der da rumgelaufen ist und keine Ahnung, was der Papa Eberhofer für einen Stoff abbaut. Anscheinend einen verdammt guten. Wirklich? Also, der müsste den eigentlich gut verkaufen können. Also, ich will jetzt niemanden auf kriminelle Gedanken bringen, aber ich glaube, dass Papa Eberhofer echt viel Geld machen könnte. Papa Eberhofer wäre ein guter Dealer, magst du damit sagen? Polizistensohn und Drogenlieder. Polizistenfahrein, der meiste. Ja, Polizistenfahrein, pardon, ja. Gut, habt ihr noch irgendwas zum Kriminalfall? Ja, es würde sagen, dass ich glaube, der Gerichtsmediziner in diesem Film, ich glaube, den Satz sagt, mit dem ich am meisten relaten kann in aller Filmgeschichte immer. Und zwar hat, sagt er irgendwann, aus den Lebendigen werde ich nicht schlau. Und das, das verstehe ich, dass das, dass das fühle ich und der Gerichtsmediziner sowieso wie immer meint, ob es das heilt ist. Ja, es ist, Günther. Dann kommen wir mal zu den Nebenfiguren. Der Rudi und der ganze andere Haufen. Okay, die Nebenfiguren und wieder eine große Überraschung, aber Kaiserschmarrn-Drama wirklich überwuchert sich gerade förmlich wieder mit Nebenfiguren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich mache es gleich mal im Kleinen. Also, Finlisi haben wir schon abgehandelt, die müssen noch nicht nochmal. Der Moracek hat, glaube ich, die geringste Screentime seit Ewigkeiten, oder? Also, der ist wirklich kaum vorhanden. Das stimmt, ja. Du hast das Telefonat und sonst weiß ich schon gar nicht mal recht viel mehr da. Wobei es ganz nett ist, wenn er Eberhofer zuerst anruft und Susi glaubt, dann ist es nur so ein Fake-Anruf und dann muss sie aber einsehen, okay, verdammt, ist doch ein Mord passiert. Dadurch muss mein Franz jetzt doch seine Arbeit machen lassen. Das war ganz nett. Aber, so für die Fans, gerade der Paarung Eberhofer, Senio und Moracek, schade, dass das so echt so lieblos sein gelassen wurde. Ja, finde ich auch. Aber wahrscheinlich auch im Sinne der Charaktere, dass die zwei sich nicht mehr treffen. Ja, das ist, das ist voll wahr. Kommen wir mal zum Rudi. Wir haben ja schon gesagt, der Film fängt damit an, dass wir Rudi im Krankenhaus sehen, weil er einen Unfall verursacht hat. Also, natürlich war es eigentlich der Franz. Natürlich. Und Rudi kann halt nicht mehr gehen. Also, der Arzt, gespielt von Willi Astor, sagt ja, es muss was psychosomatisches sein, weil der ist wieder gesund. Der kann eigentlich gehen. Und natürlich will sich das der Rudi nicht eingestehen und natürlich, ja, badet er regelrecht in Selbstmitleid. Und das ist durchaus ganz amüsant, aber ich muss auch sagen, es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, boah, ey, ganz ehrlich, kipp den Elber aus dem Rollstuhl raus und das ist nicht egal. Mich hat er wirklich genervt manchmal. Wie war es bei euch? Ja, also er dreht schon sehr am Rad in dem Film und er spielt seine Situation auch sehr aus, dass er jetzt im Rollstuhl da sitzt und sonst nichts machen kann. Ja, also, es ist schon lustig, mit anzusehen, aber man sieht so und denkt sich so, Rudi, also wirklich, es ist jetzt nicht nötig, was du machst, vor allem, wenn dann der Ludwig stirbt und er hat auch so gar kein Mitgefühl, den du mit Franz hat und du denkst, okay, gut, der Franz hat auch kein Mitgefühl, mit dir, wenn dein Hund sterben würde, aber wir sind anderes von dir geworden. Da gibt es eigentlich eine Szene, wo es eben so klar ist, dass der Ludwig irgendwie krank ist und wo dann Olli, sogar der Papa, bemüht sich wieder von seinem Protest weg und kümmert sich um Ludwig und der Rudi sitzt so hinten in der Ecke sogar irgendwie ganz und da hat man fast wieder leid getan, aber ja, dieses Selbstmitleid und dieses, oh, ich bin so arm und ich kann nicht laufen und ich habe heute eine Wohnung im vierten Stock, alles ist so doof, es stimmt, es war irgendwann echt, ist er jetzt schon wirklich manchmal übertrieben. Selbst wenn du nicht laufen kannst, so was bisschen Empathisches musst du ja haben und dass der Rudi halt nicht empathisch ist, ist klar, aber der leistet sich halt wirklich ein paar Sachen, wo ich dachte, holler die Waldfee, also das ist natürlich schon irgendwie ganz, ganz amüsant, aber früher war es ja oft so, dass er aus Versehen sich von einer anti-empathischen Seite gezeigt hat, zum Beispiel, wenn er was ausgeplaudert hat über ein Opfer und die Mutter des Opfers steht da nicht, aber in dem Teil ist es ja wirklich so, dass er es einfach ausposaunt und es ihm scheißegal ist, wer da eigentlich steht. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Rudi der Rudi ist, den ich nicht haben möchte. Ich möchte einen Rudi haben, der im Kern immer noch so ein kleiner Sympathieträger ist, aber das ist der in Kaiserschmarrn-Drama gar nicht. Ja, absolut. Er braucht ein Gegengewicht zum Eberhof und das war der in dem Film einfach nicht. Das stimmt. Das stimmt. Wobei, und das habe ich komplett vergessen, beziehungsweise, ich habe es wahrscheinlich nie wahrgenommen, die beste Szene, die allerbeste Szene, das beste Bild des ganzen Films ist dieses eine Foto, wo man sieht, wie Eberhofer und Birkenberger irgendwie, ich sage mal, bei der Polizei eingeschult worden sind. Es war so gut. Das ist, ich hatte das komplett, ich wusste nicht mehr oder ich wusste gar nicht, dass es dieses Bild gibt und ich dachte mir so, das ist toll, das ist super. Ja, das stimmt, das ist wunderschön. So ein vergilbtes 80er-Jahre-Foto, wo es so beide irgendwie Haar und Schnauzbart haben, wo es furchtbar ausschaut, so eben so 80er-Jahre-mäßig, das ist echt schlimm. Aber das war wirklich schön, also ich hatte es komplett vergessen. Gut, Leute, wisst ihr was, wir haben ganz viele andere Nebenfiguren, die wahrscheinlich wichtiger sind als der jetzt, scheiß drauf, wir sind jetzt einfach mal geborene Repplers. Scheiß auf alle anderen, jetzt ist unser Flötzinger mal wieder dran, der von seiner Frau an die Kette gelegt worden ist, was jetzt nicht so wirklich viel bringt, oder? Nein, also, ich glaube da am Anfang hat er diese Kette ja noch nicht, da wo er dann wieder flirtet. Genau, weil es verlassen am Anfang, oder? Ja, da am Anfang flirtet er wieder mit der Frau Beischl und da wollen sie auch abhauen, was ich sehr witzig finde. Ja, weil plötzlich seine Frau verlässt den doch am Anfang, oder? Das erste Mal, wenn sie in der Kneipe sitzen, ist er ja so, ja, sie sind die verlassen und sie über die Kinder abkauen. Genau, und dann denkt er sich halt, ja, ist scheißegal, ich hau auch ab. Und dann finden sich da so zwei, was kein gutes Ende zu nehmen scheint. Und später erst, glaube ich, hat er dann eben so diesen Tracker, wo seine Frau ihn dann quasi überwacht, so quasi, sie kommt nur zurück, wenn er sich anständig benimmt. Ja, und es ist nicht das erste Mal, dass er so ein bisschen mit der Frau Beischl nicht Beischl heißt sie, Beischl, so ein bisschen, ja, sich zusammentut mit ihr. Und ich finde auch irgendwie, die haben eine ganz nette Chemie. Also, es wirkt immer so ein bisschen niedlich, fast schon. Ja, ich weiß, es ist eher so unbeholfen. Das ist eher so wie eine ganz schlechte Raucherkneipe von früher. Man nimmt halt das, was noch übrig ist, wenn man halt dann sturzbesoffen ist. So einen Anschein hat das für mich immer. Was ich halt total lustig finde, ich habe vor kurzem den Film Ein ganzes Leben gesehen, wo Maria Hofstetter, die die Frau Beischl spielt, auch zur Besetzung gehört. Und dann gibt es eine Szene, wo ihre Rolle in Ein ganzes Leben versucht, einen älteren Mann auch zu verführen, was einfach nicht funktioniert. Und das hatte so viele Flötzinger-Vibes, auch wenn der Film komplett ernst gemeint ist. Es war jetzt keine Komödie, aber das war auch toll gespielt. Aber für mich sah es halt immer wieder Frau Beischl, die versucht hat, eben jetzt einen anderen zu bezürzen. Das war ein bisschen amüsant. Aber Flötzinger kann natürlich der heutigen Weiblichkeit nicht widerstehen und gerät dann natürlich dann wieder vom Ring in die Traufe, als dann Herr Beischl mit seinem Motorradkern zurückkommt und Franz ihn retten muss. Meine liebste Szene, wie Franz durch das leere Niederkaltenkirchen einen Sturz betrunken fährt, sich so ein Auge zuhält, damit er quasi den Weg erkennt. Bitte nicht nachmachen. Keine gute Idee. Auf keinen Fall nachmachen. Ich finde Matthias Egersdörfer als Herr Beischl so geil. Ich finde das großartig. Alleine wie der Mann redet, das ist so herrlich. Du weißt halt auch nie so richtig, weiß er, was gespielt wird? Ist er einfach ein bisschen dumm? Ja, ja. Ist er einfach zu clever gerade? Versucht er sich so ein bisschen in die Falle zu locken? Das finde ich, also tatsächlich die Frage, wie viel Herr Beischl weiß, ist in dem Film, ist dreimal spannender als die gesamte Kriminalität. Ich finde das auch, der ist so unberechenbar. Also wenn man ihn anschaut, denkt man sich so an, er schlagt dem Franz und dem Flötziger jetzt direkt auf die Fresse, das ist dem alles ein gutes Ende. Und dann fängt er aber zum Reden an und man denkt sich so, der hat zwei Hirnzellen und der kann nicht mal eins und eins zusammenziehen, der kann nichts wissen. Und dann holt der Franz den Flötziger ja aus dem Haus raus, dem er, also dem sie vorgeben, dass es ein Gaslag gab und dass der Flötziger deswegen im Keller die Heizung hat reparieren müssen und dann passiert, also funktioniert das alles auch ohne größeren Stammtamm, dass die zwei wieder aus dem Haus sind und dann ganz, wenn die Szene vorbei ist, gibt es noch eine Szene zum Abschluss, wo der, wo der Herr Beischl Herr Beischl, danke, Herr Beischl und die Frau Beischl auf der Couch liegen und er sagt, irgendwie so komisch, ich dachte, wir haben meine Elektroheizung, Ölheizung, ja genau, genau. Und dann denkt man sich wieder so, oh, oh, ja, oh, okay. Und jetzt erinnern wir uns mal an den allerersten Teil Dumpdudelblues zurück, wo Frau Beischl wirklich ein Opfer häuslicher Gewalt war und zwar richtig böse und ich meine auch, dass da ein anderer Schauspiel ihren Ehemann gespielt hat und ich glaube, da war das mit dem Rocker-Club auch noch gar nicht so richtig drin in der Geschichte. Ich habe es so lieber, weil ich finde, bei Kaiserschmann-Drama merkst du halt, dass wenn er das rausbekommen würde, dann wäre er sehr böse und würde vermutlich auch die Einrichtung zerdeppern, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie halt körperlich in der Fahre ist. Ja, das ist halt das Schöne an den Ebo-Filmen. Du hast jetzt hier quasi, also weißt du, vorgeschlagen, wenn der widerspricht, wenn es halt auch der Dialekt ist, du hörst halt komplett raus diesen fränkischen Dialekt, dann hast du den Leichenplaner, der halt wielerisch spricht. Das ist halt, du hörst einfach die Dialekte und ich höre das sehr gerne und ich denke mir, ach, wie schön, ich verstehe es. Ja. Flürzinger ist halt wieder Flürzinger. Ich glaube, in diesem Film ist wirklich der Flürzinger am flürzigsten. Am Flürz... Flürz... Ich weiß nicht genau, aber da ist der Flürzinger am meisten flürzig in allem sind Handlungen. Ja, in diesem Teil habe ich auch so gefühlt, dass diese Brillenleser nochmal extra dick sind. Ja, das stimmt. Wobei ich auch es ein bisschen unfair finde, dass der Flürzinger irgendwie gefühlt mit allem durchkommt und der arme Simmerl dem, ja, wirft die betrogene Ehegattin den halben Haus. Ja, man muss ja sagen, also der ganz schmerzfrei kommt aber dann der Flürzinger auch nicht aus, weil als Dank dafür, dass er verhindert hat, dass die Gasheizung explodiert, wird Flürzinger als Ehrenmitglied in den Rockerclub aufgenommen und was macht man, wenn man im Rockerclub aufgenommen wird? Man kriegt das Vereinslogo oder das Clublogo auf den Rücken tätowiert in voller Breite. Und bei der Abziehung weiß ich wieder nicht, ob das absolut kalkuliert ist als Strafe oder ob sie das wirklich ernst meinen und sie was Gutes tun wollen damit. Und das wird auch nie aufgeklärt. Und ich bin mir bis jetzt oder nach dem zweiten, dritten Mal schon nicht sicher, ob das nicht kalkuliert ist und sie das eben machen, weil der Ehrenmann was vermutet oder ob sie wirklich dankbar sind, dass sie die Gasheizung nicht explodiert hat lassen. Ja, wobei heißen die eigentlich, die heißen Born Rebels, nicht Born Rebels. Ja, die tätowierten in Bois, Born Rebels, aber er hat heute nicht voll schon tätowiert. Und vor allem wie dann diese schöne Szene, wo dann der Maxi mal Geschwindigkeitsmessung macht und dann kommt dann ein oben ohne fahrender Plötzinger im absoluten uncoolsten Moped daher. Fressiert bis zu geht nicht mehr. Das ist ein Laufmoped. Das war auch nicht. Damit kannst du so loslaufen, dass das dann überhaupt irgendwie mehr anspringt. Also das ist nichts, wo man sagt, boah, das ist jetzt voll der Hardrucker, sonst auf Ende kein Mäßig Club-Style, sondern es ist halt wie ein Kinderfahrrad, ey. Kommen wir mal zu Papa Eberhofer, der, glaube ich, seinen Augen nicht traut, denn er kommt ja nach, wo war er eigentlich? In Spanien, er war mit der Mutter des Opfers vom letzten Teil ist er doch nach Spanien für ein Jahr. Also ich fand es halt ein bisschen seltsam, dass er halt dann nach einem Jahr wiederkommt und alle darauf so reagieren, als ob er mal eben für zwei Tage weg war. Ja, aber man weiß ja nie, was mit seinem Spusel da passiert ist, oder? Ja, das ist alles wieder in dem Buch Weiß was Connection. Also der ist ja quasi nach Leberkiss-Junkie ist er ja quasi weg und während dem ganzen anderen Buch, das nicht verfilmt worden ist, war er quasi in Spanien und hatte da schon auch hin und wieder mal Kontakt mit seiner Familie. Ich weiß die ganze Story nicht mehr aus dem anderen Buch, aber es war halt so, quasi in dem Buch war er nicht da und jetzt kommt er wieder zurück. Könnte mir kein Eberhofer ohne ihn vorstellen. Man muss dazu sagen, also die Überraschung, also es ist mehr eine Überraschung für einen Papa von Eberhofer, als er wieder heimkommt, ist nämlich, in seinem Hof wurde mittlerweile, oder man ist dabei, ein Doppelhaus zu bauen, nämlich die eine Hälfte halt für Susi, Franz und Paul und die andere Hälfte für Leopold, seine Frau Panida und deren Kindern, also beziehungsweise Panida ist hochschwanger mit dem zweiten Kind. Ich kann ja verstehen, dass man was dagegen hat, aber ich finde die Reaktion arg übertrieben, weil letztlich ist es ja auch was Gutes für seine Familie. Ich meine, seine beiden Söhne ziehen zusammen, auch wenn einer darauf keinen Bock hat, aber die Familie erweitert sich halt und ich kann ja verstehen, dass man sagt, dass man diese Doppelhaushälfte, dieses Neubau-Ding halt einfach nicht so geil findet. Doppelhaushälfte, auch ein Paradox-Anwort, aber ja. Ja, ja, gern geschehen. Aber ich finde es, er übertreibt. Ich finde tatsächlich, dass Papa Eberhofer genau wie Franz Eberhofer sich nicht von der besten Seite zeigen und mir tatsächlich die Panida leidtut, der Leopold leidtut. Mir tut auch die Oma leid, die gefühlt auch ein bisschen überfordert ist von der Situation. Mir tut die Susi leid, weil ich finde, dass sie sich wirklich komplett egoistisch und arschlochhaft verhalten. Komplett. Aber ich finde die Reaktion für den Charakter von dem Vater sehr, sehr passend. Ich finde es sehr, sehr lustig, in was das resultiert. Also ja, ich finde auch das Erste, wenn er da kommt, ja, aber ich finde es, also, es resultiert darin, dass er zuerst anfängt, mit Graffiti die Häuser zu besprühen und dann der Franz so ein bisschen stickelt und er sich dann ja auf dem Kran im Prinzip in Höhe so eine Plattform baut und dort einen Zürtel aufschlagt und sagt, er bleibt ja jetzt oben, bis das Projekt abbrochen wird. Und für den Gag und für die Aktion ist mir das alles wild. Also ich finde das, wenn dann die rauskommen und die das erste Mal da oben sitzen sehen und dann der Leopold unten so, ja, ich verbrenne den Grasvorrat und dann, babo, so, habe ich alles da oben, alles vorbereitet, dafür was sage ich. Am besten ist dann auch nur der Franz, der sagt, oh, nein, Vater, komm herunter, wir können uns nicht weiterbauen. Das ist halt, ja, da merkt man halt, dass beide, also Papa eben und Franz, halt, denen geht es halt so gegen den Strich, dieses Haus, aber es stimmt schon, ich finde es, ich fand es herrlich unterhaltsam, als der Papa immer so ausflippt. Aber ja, wenn ich in der Situation von Susi und Leopold werde, fände ich es auch ziemlich bescheuert und ziemlich beschissen, weil es ist ja wirklich, es ist, die Familie wird halt größer, die müssen ja irgendwo hin und der Franz will halt seinen Sohn und Susi bei sich haben, aber die können natürlich nicht auf Dauer in diesem Saustell wohnen, also da muss ja mal irgendwie was in Sachen Familie und Hausbau vorwärts gehen und auch wenn es ihm halt nicht passt, fand ich dann schon echt immer ein bisschen sehr schwierig und ich kann mir das auch so gut vorstellen, er mag für nichts eine Entscheidung treffen, welche Fliese, wie ist der Strom und so weiter, also diese ganzen Kleinigkeiten, die er halt, für die er alle kein Interesse zeigt, weil es ihn interessiert, was, wo mir aber dann wirklich die Susi leid tut, weil die Entscheidungen müssen halt getroffen werden. Und dann der größte Schock für den Franz, es wird eine Gemeinschaftssauna geben. Ja, also ich kann ja verstehen, dass er das nicht will, weil ich finde ja, Leopold an sich ist auch nicht meine Lieblingsfigur und das ist auch ein Mensch, also so wie er dargestellt wird, mit dem muss ich auch nicht mehr Zeit verbringen als nötig, aber die Susi sagt ihm ja auch ganz klar, hör mal, seit einem halben Jahr renne ich dir da hinterher und du machst halt nichts. Er hatte ja genügend Zeit zu sagen, Susi, pass auf, ich verstehe es ja, aber ich möchte keine Gemeinschaftssauna mit dem haben. Aber er macht ja einfach gar nichts. Und dementsprechend bin ich da echt, und das hätte ich niemals gedacht früher, bin ich da voll Team Leopold. Nein, an Team Leopold bin ich auf keinen Fall. Ganz ehrlich, der tut mir wirklich leid, weil am Ende, bei diesem Richtfest nenne ich es mal, hat er ja diesen Nervenzusammenbruch und was er da sagt, er tut mir halt wirklich leid, weil er ja wirklich, Franz sagt, sag mal, was hast du eigentlich gegen mich und wir wissen es, ja, ich meine, wir sehen einfach, das sind einfach zwei Figuren, die so unterschiedlich sind, aber Leopold aus seiner Perspektive versucht ja immer, alles richtig zu machen. Alles so zu machen, dass es gut ist und zwar für die Gemeinschaft. Das hast du ja auch im Reragou-Rondezvous. Da hast du noch nicht gesehen, Kati, aber der Reragou weiß, was ich meine. Und ich finde das unfair, ich finde das wirklich unfair, wie mit Leopold von seinem Bruder da umgegangen wird, aber auch vom Vater. Dass die halt charakterlich komplett gegenseitig ist, ist okay, ja. Aber ich finde einfach, dass es wie Birkenberger sind Eberhofer, Senior und Junior gegenüber Leopold, der auch ein Eberhofer Junior ist, echt richtige Arschlöcher. Ich hätte niemals gedacht, dass ich wirklich finde, dass mir Leopold in einem Film mal wirklich leid tut. Ja, nee, das stimmt so. Also, ja, der ganze Rest der Familie und der Arpanela, die freut sich ja quasi auch auf das Haus und dass sie halt dann wahrscheinlich verschwinden können, also Paul kann dann mit seinen Cousins, Cousinen irgendwie aufwachsen und spielen. Also es könnte alles halt relativ schön sein. Klar, Doppelhaushälfte ist jetzt nichts, das ist natürlich jetzt auch kein Villa und nichts oder nichts Einfaches, aber, oder nichts Besonderes, aber kann doch auch nett sein. Vor allem kann der Franz ja immer noch seinen Saustell haben. Der Eber, wenn sie ihm eine Passkarte immer noch hinziehen oder wieder hingehen. Na, da zieht der Rudi ein. Das will, glaube ich, keiner. Doch, der Rudi. Aber natürlich findet der Film dann trotzdem noch halt ein, ja, versöhnliches Ende, weil Panida, die Rede sagt das schon, hochschwanger ist und das zweite Kind kommt dann und wird dann geboren und, ja, dank Franz kann es dann noch, ja, im Krankenhaus zur Welt gebracht werden. Aber davor, es wird nicht im Krankenhaus zur Welt gebracht. Ja, aber fast. Der Wille zählt. Einmal zu hart gebremst, verstehst du? Ja, genau. Ich kann schon verstehen, dass der Leopold dann wieder komplett pro Franz ist und das Kind ja sogar Franz nennen möchte. Was auch ein bisschen weird ist. Ja, deine Tochter Uschi und den Sohn Franz nennen, das ist echt gemeint. also, der Film ist, der Film spielt vermutlich auch so 2020. Also, das sind schon zwei Namen, die ich eher als, als Zweitnamen okay, aber als Rufnamen würde ich die nicht nehmen wollen. Gut, aber dann schauen doch die Flötzinger seine Kinder an und dann... Ah, nicht besser. Sind auch schön und waren gar nicht mehr so schlimm. Wobei, also, mehr und mehr finde ich Amy Gertrud immer noch super. Also, das siehst du nicht, da hat mir auch der Leopold, das muss ich sagen, wo ich jetzt wieder gesehen habe, das hat mir auch sehr gefallen, wo sie dann im Krankenhaus waren und halt das neueste Familienmitglied begrüßt haben, wo dann halt auch der Leopold noch mal sagt, hey, fangen wir halt noch mal von vorne an, wir sind doch Brüder, ich hab dich lieb, das fand ich echt voll nett von dem. Ja, das Problem ist nur, dass der Franz dann wieder auf mich so ein bisschen wirkte, wie, ja, okay, sind wir Brüder, okay, das weiß auch. Ja, aber genau so hat er wahrscheinlich, also genau das nennt er sich wahrscheinlich auch so, ja, mei. Er kann halt, glaube ich, er hat seine Gefühle nicht so wirklich auszudrücken und läuft halt eher davon. Da hat er dann mehr so das, mit seinem Papa, wo dann der auch sagt, ja, beist du. Ja, aber sowas fehlt halt dem Eberhofer Franz, finde ich. Also, der Eberhofer Senior hat das halt, wie gesagt, bei Griesnocker Affäre oder auch, wo es halt diese Aussprache dieses Mal zwischen ihm und seinem Sohn geht, wo halt eben diese, ja, dieses Streitgespräch kommt, was daran mündet in dem Vorgänger, dass er die Schuld der Mutter auf ihn abschiebt. Ich finde, dass der Eberhofer Senior irgendwie in Sachen Gefühle zulassen oder mit Gefühlen umgehen wirklich vielleicht doch ein bisschen reifer ist, ein klein bisschen reifer, als sein Sohn. Ich muss wirklich sagen, so spaßig den Kaiserschmarrndrama finde, aber in keinem anderen Film finde ich, es wirkt Franz Eberhofer so wie ein Arschhoff wie hier. also, es macht mir immer noch Spaß, das zu gucken, aber in den anderen Teilen habe ich immer große Freude mit seinem Verhalten gehabt und hier war es wirklich zum Schluss so, wo ich wirklich ein bisschen auch sauer auf ihn war, weil ich dachte, was bist du für ein Idiot? Ja, meine Meinung ist, du bist für den Plot und das macht er deswegen. Ja, also ich, ich muss auch sagen, also ich habe die Filme ja wirklich jetzt schon sehr oft gesehen und habe die halt nie so im Detail hinterfragt, weil ich halt das einfach halt einfach denen beim Spielen zugeschaut habe und es ist halt einfach, macht dann einfach Spaß und ich habe da nie wirklich so näher drüber nachgedacht und nie so im Detail quasi das Verhalten immer halt so ergründet, wie es wir jetzt halt machen. Aber klar, wenn du darüber nachdenkst, Dumtou verhält sich Franz in dem Film wirklich ziemlich sehr wie ein Arsch, ja. Aber nicht nur, denn ein Franz Eberhofer hat auch Gefühle und da würde ich jetzt zum letzten Punkt in Nebenfiguren kommen. Eine Nebenfigur, die wir seit dem ersten Teil kennen und aber hier in dieser Podcast-Reihe nur selten erwähnt haben, nämlich Ludwig. Oh, der Arme. Ja, sein Hund. Das ist Ludwigs letzte Runde. Der Hund, ja. Dem Hund geht es nicht gut, der frisst nicht mehr. Und dann bringt dir der Franz zum Tierarzt und Tierärztin. Wir erfahren, dass er schon 14 Jahre alt ist und die will ihn einschläfen und der Franz ist halt so, nein, der Ludwig will nicht einschläfen, der kommt wieder mit, dem geht es morgen wieder besser. Dann macht der Papa Eberhofer das Einzige, was er kann, nämlich Haschfleisch, Laberl, kochen. Den kriegt der Ludwig dann auch zum Fressen. Danach geht es ihm auch den Tag wieder besser, aber dann kommt der Franz mal heim und alle suchen nach Ludwig und sie finden ihn nicht und der Franz weiß ganz genau, wo er ist und was passiert ist und das ist alles sehr traurig. Ich glaube auch, dass zu Beginn des Films wir ja schon mal einen Vorgeschmack auf den neuen Hund bekommen, den Tinker Lotta, die dann in den Vogelhofgeschwader auftaucht, weil der erste Verdächtige, nenne ich es mal, ja diesen Hund aus dem Tierheim halt ausgeliehen hat, um mit dem spazieren zu gehen. Fand ich ganz nett. Für mich war Ludwig halt immer so, halt es war halt der Hund. Es war halt der Hund. Ich habe den Hinnert Niese wirklich als Figur wahrgenommen und ja, das war ganz traurig, aber ich habe halt einfach kein Herz. Ja, das ist wie es will. Und fand das aber echt ganz schön umgesetzt. Immerhin hier zeigt Eberhofer Senje oder die ganze Familie halt Gefühl, fand ich schön. Ich habe auch irgendwie irgendwo gelesen, dass der, dass die halt den Hund ausgetauscht haben, weil der Hundedarschleit einfach auch recht alt war schon. Also ist er quasi in Rente gegangen und für mich war das ein schönes Ende, aber da muss ich ehrlich sagen, es hätte auch ohne funktioniert. Ja, also ich fand das, das war, das war schon sehr traurig. Also das ist ein Hund. Das ist auch von mir, auch jemand, der Mensch, die Gefühle hat. Ja. und da merkt man wirklich, dass ihm Eberhofer alles egal ist. Ja. Man muss ja sagen, also von den Büchern her war Ludwig immer schon ein Charakter, der sehr viel Platz eingenommen hat, weil im Buch war es immer so, die gehen immer so, wenn die Gäste gehen, immer eine ganz spezielle Runde und es war dann immer, also das Ding, wie lange braucht man sich diesmal für die Runde? Brauche ich es länger, brauche ich es kürzer, wie schnell ist es denn? Das war irgendwie Dauerthema in den Büchern. Von daher hat Ludwig schon eigentlich immer eine große Rolle gespielt und ja, ich fand es auch so nett, weil das ist wieder irgendwas, was die ganze Familie dann irgendwie trotzdem wieder in ihrer Traurigkeit quasi eint, weil das geht irgendwie an keinem Spurlos vorüber, an Franz nicht, an Papa Eberhofer nicht, die Oma, die Susi. Ja, das ist das Ding, was sich ein Papa Eberhofer von seinem Protestkran runterbringt. Ja, dass der Ludwig krank ist, ja und fand die Szene wirklich großartig, wo dann eben der Franz den Hund gefunden hat und dann kommt der Papa nur dazu und sagt, ja, ich hole den Stubkran und der Franz so, nee, der Hund bleibt da, weil sonst wäre der Hund gestorben, mit dem ist es hier lieber, fand ich wirklich, also, puh, war eine harte Szene. Ja, ich dachte kurz so, vielleicht soll das so ein bisschen zeigen, dass es halt zu viel Krach ist, also dass da zu viel Streit ist in der Familie Eberhofer, dass der Ludwig deswegen da weg ist. Aber, war gefühlvoll, war aber nicht so meins. Ich bin da, was diese Tiere angeht, nicht so schnell zu, gefühlstechnisch, glaube ich, zu beeindrucken. Ich bin einfach ein richtig harter Kerl. Nein, das ist wirklich nicht herz, das ist alles. Ja. Wir haben unsere Herzen gefüllt, füllen wir doch jetzt mal unsere Mägen. Schmackofatz. Die Kulinarik von Niederkaltenkirchen. Ja, ich habe hier bei Schmackofatz zwei Punkte stehen, nämlich einmal Kaiserschmarrn und einmal Haschpflanzer. Habt ihr noch was dazu beizutragen? Ja, also, das eine habe ich noch nicht probiert und das andere mag ich sehr gerne. Okay, also Kaiserschmarrn ist eine Mehlspeise, Theresia, das solltest du unbedingt mal probieren. Also, ich habe ja meinen Rant über Kaiserschmarrn mit Russine schon in der Einladung gestartet, aber es ist halt einfach eine Frechheit. Also, wer auch immer Russine in den Kaiserschmarrn haut, ich weiß nicht, kann man davon bestraft werden, wenn man Essen falsch zubereitet und ich hoffe es. Ich bin ja da kein Fachmann, was Kaiserschmarrn angeht, aber zum Beispiel bei Pfannkuchen, da kann man ja auch eigentlich alles machen, was man persönlich gern hat oder mag. Gibt es das auch beim Kaiserschmarrn oder gibt es auch Leute, die zum Beispiel, was ich, Schokoladen reinknallen oder Früchte oder Ja, du kannst im Prinzip mit, du kannst im Prinzip mit, also, süß mit allem toppen, mit Schlag, mit Früchten, mit Schoko, mit klassischem Staubsucke, mit Apfelmus essen, mit Zwetschgen, Kompott. Ja, das ist aber immer so, das ist auch immer so, das, was du dazu nimmst, aber das dann quasi, also, da gibt es halt immer diese Streitfrage, oder, und Katja und ich sind ganz klar das eine Lager, weil wir, also ich mag, ich liebe Kaiserschmarrn, aber mein Kaiserschmarrn darf keine Rosinen sehen. Ich mag es nicht, wenn da Rosinen drin sind, weil ich generell Rosinen nicht mag. Alles andere ist auch falsch, also jeder in der anderen Meinung hat, ist auch falsch. Ich esse ihn, ich esse ihn nachher am liebsten mit, mit Apfelkompott, mit Puderzucker und Apfelkompott. Oh ja. Ja. Ist kalt, ist, ist, ist mein Favorite, geht nichts drüber. Und wir werden, wir werden, wir werden, wir werden besuchen, überhaupt ein bisschen eine gute Kaiserschmarrn. Da waren Rosinen drin, ich möchte es mal betonen. Ich weiß, ich weiß, aber die Rosinen war sehr, sehr gut. Wenn es bei mir, so Süßspeise oder herzhaft, bin ich tatsächlich mehr herzhaft, wobei ich jetzt auch keinen Bock hätte, nach jedem Fleischschwanz zu sehen, um mich anschießen zu lassen. Deswegen wäre ich dann auch eher beim Kaiserschmarrn. Ich habe aber in meinem Leben nicht genügend Kaiserschmarrn gegessen, um zu sagen, ob ich es jetzt lieber mit Rosinen oder ohne, aber ich füge mich einfach der Mehrheit und sage, da gehören keine Rosinen rein, weil warum soll ich mir jetzt hier Stress machen? Ja. Also das ist Schlaufe. Ja, sehr, sehr, sehr gute Wahl, ja. Ansonsten habe ich kulinarisch nicht so viel erkannt oder nicht so richtig aufgepasst. Habt ihr noch irgendwas gesehen, was ihr, also natürlich Eberhofer kocht, weil die Handwerker ja auch viel essen, aber irgendwie so richtig prominent in Szene gesetzt, wird eigentlich nur der Kaiserschmarrn und auch der gar nicht mal so doll und die Haschpflanzer. Also eigentlich müsste der Film so was heißen wie Haschpflanzerlackere oder so. Ja, das Einzige, wo ich mir gedacht, wo das klingt einmal gut, ist das eine Mittagessen, wo man sieht, auch mit den Handwerkern, da gab es irgendwie irgendwas mit Rahmengulasch, wo du denkst, wo das klingt auch lecker. Ja. Gut, gerade für dich nichts als Fleisch dabei. Ja, aber so. Keine Rosinen. Ja, keine Rosinen, das stimmt. Aber so wenigstens Rahmsoße, das ist auch schon mal geil. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur vorletzten Kategorie und das ist natürlich das, was der Preuß, das bin ich, noch wissen möchte. Ich habe mal ein bisschen in meinen Gedanken gewühlt und habe gefunden, Rosinen, Rosinen, Rosinen und etwas, was sich um Papa Eberhofer dreht. Der ist ja besonders gut mit seinem Mundwerk, gerade dann, wenn er etwas oder jemand beleidigen möchte und welches Wort mir immer mal wieder da unter die Ohren kommt, was er oft mit anderen Wörtern verbindet, ist das Wort Brunz, sowas wie Brunzkopf oder so. Theresia, an dich die Frage, Brunz, welche Bedeutung hat das? Möchtest du das wirklich wissen? Ja, wirklich. Schwierig. Also Brunzen ist Karten. Ja, nee, also bei uns ist es jedes andere. Bei uns ist es in Bayern, das ist quasi das Verb Brunzen auch eine andere, eine etwas verächtliche oder eine etwas bayerisch gefärbte Bedeutung für Pinkeln. Also heißt so was wie, du Brunzkopf, sowas wie, du piss rüber? Ja, ich glaube, wir verwenden das im Kontext auch in aufs Klo in generell. Ja, bei uns in Bayern ist es eigentlich wirklich eher so quasi wirklich so dieses, ja nicht verächtliche, aber wirklich so das terrible Wort für Pinkeln. Also wenn ich jetzt sage, ich muss mal kurz brunzen, dann würde es so was heißen wie, ich gehe mal kurz aufs Klo. Ja. Also bei uns im Rheinland würde man sowas sagen halt wie Schiffen. Ja, das gibt es bei uns auch, aber okay. Ja, gut, dann bin ich tatsächlich um einiges schlauer. Vielen Dank dafür und dann halten wir uns nicht länger auf und kommen zum Fazit. Das Fazit. Ja, das Fazit zu Kaiserschmarrn-Drama. Ich glaube, es kam schon so ein bisschen heraus, dass wir an und für sich ganz zufrieden sind, aber was für jetzt genau unser Fazit, wie das genau ausfällt, das könnt ihr jetzt hören und Kathi, fang du mal an. Wie fandest du Kaiserschmarrn-Drama und wo würdest du ihn in deiner, ja ich sag mal, Eberhofer-Liste verorten? Also ich mag Kaiserschmarrn-Drama auch vom Wortvollen her. Also ich mag das mit diesem Drittbrettfahrer, schwieriges Wort am Abend. Ich mag, im Gegensatz zu euch zu erfahren, die ganzen Charakterdinge jetzt nicht ganz so stören. Das heißt, ich hätte da eigentlich eh mal den Spaß damit. Für mich ist der auf jeden Fall über damit. Ich weiß nicht genau, ganz genau wo, aber auf jeden Fall einer von denen, die ich mehr mag. Ja, bei mir ist der auch ziemlich weit vorn. In meiner Liste war der immer so auf Platz zwei, so nach Kaiserschmarrn-Drama, nach Kaiserschmarrn-Drama, nach Kaiserschmarrn-Drama, nach Kaiserschmarrn-Drama, nach Kaiserschmarrn-Drama. Den fünften Teil, also den Sauergrat-Kummer, war der halt wirklich wieder ein richtiges Highlight für mich. Also ich sehe den immer sehr, sehr gerne, weil es auch wieder so einzelne Szenen gibt. Es langt mir, wenn ich einfach nur die Szene sehe und ich habe wieder ein gutes Gefühl. Bei mir ist es auch so, der ist ganz klar einer der besten Eberhofer-Filme. Letztes Mal bei Kaiserschmarrn-Drama war es ja so, dass ich den auch sehr gut in Erinnerung hatte und dann aber sagen musste, okay, der ist dann doch nicht so toll. Also kein schlechter Film, aber so im Kontext zu den anderen Filmen und Kaiserschmarrn-Drama ist irgendwie bei mir weder jetzt gefallen noch gestiegen. Also der ist immer noch wirklich gut. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, vielleicht ist das so der interessanteste Eberhofer-Film, weil er halt eben Franz eben auch mal erlaubt, ein Arschloch zu sein. Und das ist schon viel wert, auch für den Charakter. Ansonsten ein spaßiger Film. Ja, ich freue mich dann nächste Woche auf Google-Hupf-Geschwader. Damit sind wir hier raus und fertig. Ich sage noch, dass der Tele-Storm-Tisch überall existiert, wo es auch Likes gibt. Also Like fleißig. Ich wünsche euch da draußen noch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Und ganz ehrlich, unter uns verratet es sich Theresia oder Kathi, mir ist es vollkommen egal, wie ihr euren Leberkäse, wollte ich schon sagen, wie ihr euren Leberkäse interessiert und esst dann kurz einsperrt. Also wirklich. Also macht wie ihr wollt, da mache ich euch keine Regeln. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jetzt sagt die Theresia noch Tschüss und der Kathi gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal. War mir wie immer eine Ehre. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Storm-Tisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.